Deutsch mit Julia, Episode 2, Übung 2.1 Kierens Nostalgie Kieran hat Urlaub. Kieran hat Urlaub. Er hat sich ein langes Wochenende freigenommen und bleibt heute im Bett. Er denkt an Elaine, aber die ist ja arbeiten. Er denkt an Elaine, aber die ist ja arbeiten. Er kramt in einem alten Schuhkarton, den er unter dem Bett aufbewahrt. Er kramt in einem alten Schuhkarton, den er unter dem Bett aufbewahrt. Der sprechende Totenkopf liest er laut und grinst. Der sprechende Totenkopf liest er laut und grinst. Lange nicht gehört, denkt er dann. Lange nicht gehört, denkt er dann. Und schiebt die Kassette in den alten Rekorder auf seinem Nachttisch. Und schiebt die Kassette in den alten Rekorder auf seinem Nachttisch. Die Titelmusik beginnt. Die drei Fragezeichen Die Titelmusik beginnt. Die drei Fragezeichen Kieran schreckt auf. Das Telefon klingelt. Er war eingeschlafen. Kieran schreckt auf. Das Telefon klingelt. Er war eingeschlafen. Guten Tag, ich bin Justus Jonas. Guten Tag, ich bin Justus Jonas. Wollen Sie mich wegen des Koffers sprechen? Kommt aus dem Rekorder. Wollen Sie mich wegen des Koffers sprechen? Kommt aus dem Rekorder. In der Tat, ich will doch hoffen, dass ihr ihn noch nicht verkauft habt. In der Tat, ich will doch hoffen, dass ihr ihn noch nicht verkauft habt. Sagt der große, hagere Mann mit tiefer Stimme. Sagt der große, hagere Mann mit tiefer Stimme. Kieran drückt die Stopp-Taste und antwortet rasch das Telefon. Kieran drückt die Stopp-Taste und antwortet rasch das Telefon. Kieran, hallo? Kieran drückt die Stopp-Taste und antwortet rasch das Telefon. ruhig. Oh, Entschuldigung, ich muss wohl die falsche Nummer gewählt haben. Sagt die Frau am anderen Ende der Leitung. Sagt die Frau am anderen Ende der Leitung. Kann ja mal passieren, antwortet Kieran. Kann ja mal passieren, antwortet Kieran. Kein Problem, ergänzt er und legt auf. Kein Das war aber komisch, denkt er dann und schaltet den Rekorder wieder ein. Das war aber komisch, denkt er dann und schaltet den Rekorder wieder ein. Guten Tag, ich bin Justus Jonas. Wollen Sie mich wegen des Koffers sprechen? In der Tat, ich will doch hoffen, dass ihr ihn noch nicht verkauft habt. Nein, Sir, haben wir nicht. Dann ist es ja gut. Ich bin Justus Jonas.